Hi zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich einfach dieses Video mit euch zu drehen. Und zwar heute geht es um OpenOffice Textfeld. Ich zeige euch, wie ihr ein Textfeld so anfügen könnt. Also um das zu erreichen, haben wir verschiedene Möglichkeiten hier unten, wie sie auch sehen. Also wir haben die Möglichkeit zum Beispiel mit einem Rechteck, wir holen erstmal das Werkzeug Rechteck, dann können wir unser Textfeld einfach hier schreiben. Hier bin ich, hier können wir schreiben. Und dann können wir einfach sehen, wie wir auch bearbeiten können und wir haben auch die Möglichkeit, dieses Werkzeug auch zu benutzen. Also das ist auch eine Ellipse und wir können auch sagen, ich bin ein Textfeld. Wir können einfach, wir können auch schreiben und bearbeiten, wie sie auch schon wissen. Wir haben auch die Möglichkeit, dieses Werkzeug hier zu nehmen und auch genauso zu benutzen. Also hier schreiben wir, hier ist ein Textfeld. Und Sie sehen schon, wie Sie verschiedene Möglichkeiten haben. Natürlich haben Sie auch ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel hier drin haben Sie verschiedene Zeichen, die Sie auch benutzen können. Zum Beispiel einen Kreis haben Sie auch die Möglichkeit zu benutzen. Sie können auch Rechtecken und alles haben Sie auch drin. Also ich zeige euch nochmal, wie es weitergeht. Also natürlich können Sie auch die beiden auch so, ja, ineinander einfach verbunden. Und wir können auch einen Kreis hier einfach benutzen und Sie sehen schon. Und natürlich können Sie zum Beispiel verkleinern oder vergrößern und verschieben, wie Sie eigentlich haben wollten. Sie sehen schon, was wir da machen und immer wieder einen Text einfach da schreiben, wie Sie eigentlich haben wollten. Und Sie können auch verschiedene, nicht nur einen Kreis, Sie können auch solche Figuren einfach nehmen und dann können Sie auch einen Text einfach drinnen schreiben, wie Sie eigentlich wollen. Also Sie sehen schon, wir haben verschiedene Möglichkeiten hier angezeigt, wie Sie ein Textfeld so schreiben könnten. Also das Beste benutze ich immer dieses Textfeld hier und dann kann ich damit sehr viel einfach machen. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben. Ich freue mich schon.